Heute ist es also soweit, die von Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen angekündigte Partei WerteUnion soll gegründet werden. Zur Gründungsversammlung, die wohl in Bonn stattfinden soll, werden 40 Teilnehmer erwartet. Maaßen will nach eigenen Angaben für den Parteivorsitz kandidieren. Die Partei verortet sich rechts von CDU CSU. Die WerteUnion will bereits im September bei den Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen antreten. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.